Herzlich Willkommen in Hennikendorf am Stienetsee. In unmittelbarer Nähe zum kleinen Stienetsee steht dieses wundervolle Einfamilienhaus mit Einlegerwohnung zum Verkauf. Treten Sie ein und begeben Sie sich mit mir auf einen kleinen Rundgang. Auf ca. 596 Quadratmetern steht dieses Haus sowie Nebenglass. Dazu gehört ein Doppelcarport und ein hinterliegender Schuppen. Dieser ist wunderbar geeignet zum Abstellen von Gerätschaften und Fahrrädern. Das Haus ist 1997 erbaut worden. Es befindet sich in einem sehr guten Zustand. Dieser großzügige Terrasse ist teilweise überdacht worden. Ein kleiner Hingucker im liebevoll eingerichteten Garten ist der Fischteich. Die Fenster im Haus sind mit Jalousien ausgestattet. Von der Terrasse aus gelangen wir gleich in den Wohnbereich. Gleich am Wohnzimmer befindet sich die Küche. Sie ist mit einer Einbauküche ausgestattet, die im Haus verbleiben kann. In einigen Zimmern wie diesem hier ist der Fußboden mit Kork ausgelegt. Dieses dritte Zimmer dient derzeit als Esszimmer. Es kann aber auch ein Kinderzimmer sein. Besonders hervorzuheben im Badezimmer sind diese zwei Fenster, die noch einmal einen besonderen Charme hereinbringen. Das Bad ist mit Wanne und Dusche ausgestattet. Begleiten Sie uns nun in die obere Etage. Dieser Raum hat noch einmal besonderen Charme. Durch diese kleine süße Ecke mit dem Fenster und Balkonbereich. Im Anschluss befindet sich ein Raum, der auch als Ankleide dienen kann. Ursprünglich war es mal eine Küche. Die Anschlüsse sind noch vorhanden. Geradeaus geht es dann auf den großen Balkon. Das Dachgeschoss als Elternetage hätte auch besonderen Charme. Das Badezimmer in der oberen Etage ist mit einer Wanne ausgestattet. Besonders hervorhebenswert ist auch der geräumige Keller. Kennen Sie das? Sie kommen in einen großen Raum, da steht eine Tischtennisplatte und sie würden am liebsten sofort loslegen. So erging es uns. Natürlich darf auch ein kleiner Werkraum nicht fehlen. Geradeaus sehen Sie die Heizungsanlage. Die ist schon erneuert worden. Dieser Raum wurde noch einmal sehr schön genutzt. Er dient als Arbeitsraum. Alle Hausanschlüsse befinden sich im Keller. Hier sehen Sie den Vorratsraum. Hier sehen Sie den Elektrokasten und die Wasseruhren. Beide Etagen sind auch separat ablesbar. Und jetzt befinden wir uns im Eingangsbereich, von dem auch das Ruftor geöffnet werden kann. Und hier befindet sich noch mal ein zusätzliches Gäste-WC. Sind Sie neugierig geworden, gern vereinbaren wir einen Besichtigungstermin mit Ihnen. Rufen Sie uns an. Darf ich in den небen bevorzugten iPhursen. Das ist die Oberfläche, von dem auch das Ruftor geöffnet werden kann. adorable Hermann Stieg. Sehr schnell reino 저는 in 넘ischen Gerstони und das Ruftor geöffnet werden kann. шеbrecher.